Hallo Martina, vertragt ihr euch im Team von Switch Reloaded? Ja, sehr. Nette Menschen, nette Kollegen. Wir haben sehr viel Spaß und es hat von Anfang an, auch für mich als Neuling, ich hatte ja ein bisschen Angst davor, weil die ja schon so ein eingeschliffenes Team waren und ich jetzt als Neuling und Max Giermann dazukam, ob ich da reinpasse und erfülle ich die Erwartungen. Aber es hat vom ersten Tag an eigentlich gepasst.